Ja, hallo ihr Lieben. Wegen des großen, großen Erfolges des ersten Videos über Pilates & Friends machen wir heute ein weiteres. Und zwar Pilates für jedermann. Es gibt mittlerweile 643 Unterrichtsvideos und die Kerstin Brederon, die das ganze Leben gerufen hat, und man kann auch hier sehen, ideal zur Schwangerschaft und Rückbildung geeignet. Ist eine ganz, ganz tolle Frau und die kann das noch besser erklären als ich. Also lassen wir sie das jetzt mal tun. Kurzes Video von Kerstin Brederon. Ich habe Pilates & Friends gegründet, um dir die Möglichkeit zu geben, in einem virtuellen Pilates-Studio mit den besten Trainern im deutschsprachigen Raum ein Training jederzeit durchführen zu können. Wenn du kein Studio aufsuchen kannst, sei es, weil du auf Reisen bist oder weil du kein gutes Studio in der Nähe hast oder weil dein Studio gerade zu dem Zeitpunkt, wo du trainieren möchtest, keinen Unterricht anbietet, kannst du mit Pilates & Friends das Training deinem Tagesablauf anpassen. Pilates & Friends bietet dir die Möglichkeit, am PC, am Mobiltelefon oder Tablet an einem Training mit erfahrenen Trainern teilzunehmen. Jede Trainingsanheit kann individuell ausgewählt werden. Hast du nur wenig Zeit, genügend 10 Minuten, möchtest du ein komplettes Training absolvieren, bieten wir dir Trainings von einer Stunde und mehr. Unser Hauptfokus liegt auf dem Pilates-Matten-Training, aber es gibt auch Einheiten mit den Pilates-Geräten, sodass wir uns auch als Inspiration für Trainer verstehen. Für Pilates-Anfänger werden die Übungen ausführlichst erklärt. Das Angebot ist in verschiedene Level unterteilt, so kannst du einfach das Passende für dich auswählen. Unser Angebot wird ständig durch neue Videos ergänzt. Ich habe den Namen Pilates & Friends gewählt, weil wir weitere intelligente Bewegungsmethoden hinzunehmen, die das Pilates-Training ergänzen, wenn nicht sogar komplementieren. So kannst du zum Beispiel Yoga, Meditation, Karniotraining, Feldenkreis, Mind-Fascial-Release oder Bar-Workout praktizieren. Pilates & Friends ist für dich da. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ja, soweit die liebe Kerstin. So und ja, man stelle sich vor, 643 Videos, das Team, was hinter der Kerstin steht, also die Trainer, unendlich viele. Ja, für jeden ist was dabei. Empfehlungen gibt es zuhauf, positive Bewertungen ebenso und es gibt etwas für euch, ein Schnupper-Angebot und zwar 14 Tage lang für nur einen Euro testen. Ja, also es fängt an normalerweise bei 16,58 im Monat, beim Jahresabo, dann Halbjahresabo, Monatsabo, aber derzeit läuft eine Aktion, 14 Tage testen, 1 Euro bezahlen. Ja, solltet ihr dann wieder erwarten, nicht davon überzeugt sein, dass das für euch das beste Pilates-Portal ist, dann könnt ihr jederzeit kündigen. Aber ich verspreche euch, ihr werdet es nicht tun. Also kündigen. Ja, wenn ihr Spaß hattet an meinem Video und wenn es euch gefallen hat, dann bitte unten drunter ein Like geben und den Kanal abonnieren. Ich halte euch ständig auf dem Laufenden. Hier gibt es jeden Tag Top-Empfehlungen für euch aus den verschiedensten Bereichen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen und sonnigen Tag und Abend. Bis dann, euer Bernd.